Hallo Leute, Meffi hier und wir spielen bei Double Contract. Wir haben ja gestern Eureka besiegt und ich bin am überlegen, ob wir ins Capital gehen oder an den Berg hinauf. Wir gehen ins Capital, in die Hauptstadt. Das ist eine gute Idee. Ja, wir müssen also nach Süden. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Dann, Papp. Ich wollte aber erstmal hier hin. Wo wer bist du denn? Guten Tag. Wow, das hat gerade geleckt. Oh, guck mal was da ist. Ein Samuraischwert. Ach, wir müssen da drüben hin. Equip. Das war ja so klar. Moment mal. Nein. Das kannst du gleich wieder wegnehmen. Einzige sinnvolle, wo das was bringt, wäre eigentlich bei ihr. So, wir müssen trotzdem auf die andere Seite. Was bist du denn? Food? Nein. Okay. Also das ist der, der uns diesen Test gegeben hat. Zumindest hat derjenige so aus. Naja, ist das nicht. Und der schläft auch, ne? Ja. Wer bist du? Schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall den hinten getroffen. Hallo. So. Was hast du denn? Ein Samuraischwert, ein Ruckstaff und ein Crossbow. Kauf nur beides einmal. Danke. Ich möchte mal eben was verkaufen, weil ich hab hier vorn ganz viele. Hier müsste ich mal loswerden. Und davon. Und davon. Und die hier müsste ich auch loswerden. Und die. Ach ja, und die 80 Stücke bitte auch. Und die Axt eigentlich auch. Und das hier. So. Light Armor Magical Rob. Okay. Einmal. 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 Okay. Optimize. Optimize. Und. Optimize. Und dann hätte ich da noch ein paar Sachen zu verkaufen. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Nein. Ich habe das. Wenn wir schon gerade mal dabei sind. Wer bist du denn? Ach. Schade. Du bist uns anscheinend nicht freundlich gesinnt. Ich kann witten. Ich finde jetzt. Oh. Was haben wir denn hier? Eine Mauer und ein Turm auf dem wir nicht. Schade eigentlich. Gucheln. Oh nein. Cool. Feier. Dark Tomb. Okay. Das hinten sieht verdächtig aus. Oh cool. Das hat er links auch. Hm. Was sagst du denn so? Der müsste doch eigentlich. Schade hat er nicht. Äh. Oh ja. Davon bräuchten wir mal. Ah. Das hat ich auch nicht. Da kommen wir nicht runter. Okay. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Wir wollen mal gucken. Wollt ihr euch nicht unseren Team abschließen? Irgendjemand von euch? Wollt ihr euch nicht? Nicht schon. Du. Bist der Kapuzenmann. Oh ja. Schöne Musik. Kipps denn die nirgends wohin...? Goll. Warum muss ich da hinterdrücken? Nein. Okay. Lassen wir das. Treppen, die nirgends wohin führen und weiser die wir nicht öffnen können. Und da kommen wir nicht drauf. Okay. Dann laufen wir jetzt überdessen raus. Oh ja. Was haben wir denn hier noch so? Noch ein Turm? Oh ja. Was haben wir denn da noch als Haus? Oh mein goodness. Das ist ja so... Ah, das ist wehsam. Äh, ich meinte wehsam. Oh toll. Ist das hier alles Gold? Kann ich das nicht einfach alles kaufen? Äh, passt auf, dass das ganze Gold nicht geklaut wird. Äh, ja. Oh ja, ich hab da was entdeckt. Ja, wir kommen noch nicht. Dann gehen wir mal wieder. Wieso leckt das gerade so? Ich verstehe es nicht. Gut, jetzt haben wir uns noch den Schrott. Was? So, wir haben uns jetzt ein Fischbeck gekauft, ne? Oh, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ach so, das ist vermutlich Ausrüstung. Okay. Geh ich mal von aus. Hm, jetzt gehen wir dann in. Da. Und wenn ich Geldprobleme habe, gehen wir ein paar via ein paar Gems fahren. Und dann hat sich die Sache... So, wir wollten jetzt zum König. ... 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 Jetzt müssen wir erstmal diese... Level 1a irgendwie, ist klar. Er kann nix! Da, der ist gleich tot. Muss das sein? Kann man mit die nicht direkt einfach... Was zu Hölle? Kann ich auch einfach wegrennen, ja. Ich hab da was gesehen. Oh Gott, you get safety, ey! Equip! Das sollte... Einiges erklären. Also einiges. Äh... Probier mal das hier. Okay, das macht gar nix. Okay, dann machen wir nochmal... Free Strike. Okay, dann machen wir das ganze nochmal aufgehen. Dude! Oh man, oh man, oh man! Oh man, oh man! Oh, wir haben gewonnen! Schön! Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Deswegen... Da hinten ist ein Loch über das. Wir vermutlich nicht rüberkommen, richtig? Wir werden gleich drauf gehen. Oh ja! Sag mal, was bist du denn für ein Vollorst? Sag mal, was bist du denn für ein Vollorst? Sag mal, wir werden gleich drauf gehen. Ach man... Wieso? So... Dann muss ich erst wieder hier hochlaufen. Sind das sogar schon drei von denen. Ich glaube, wir können es gleich wieder sein lassen. Jetzt sind meine winzig Gegner ein bisschen schwächer machen können. Oh, toll! Da ist der Quip, wie das auch immer dein Kopf da war. Oh, toll! Da ist der Quip, wie das auch immer dein Kopf da war. Ja, ich bin fertig eigentlich. Slow down... Und ich hab... So, jetzt sollte es via gehen. Da da hinten... Denk ich mal, dass das der Falsche ist. Oh, kannst du denn nicht einfach wegrennen? Die machen immer noch verdammt Fischhahn. Ich weiß nicht, ob ich den hier durchbekommen ist. Ist das geil. Oh, ich glaub, das ist die Brücke. Oder? Oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Oh, schönen Hintergrund. Er ist verloren. Ich will aber wissen, was das für nicht wo ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Mein König! Bist du das? Greh? Oh. Greh, ich dachte, du wärst tot. Von wo kommst du? Komm und tritt uns bei. Bla, bla, bla. Bla, bla. Um, du... Der wird dir jetzt... Wieso leckst du momentan? Ach, jetzt auf einmal nicht mehr. Sehr interessant. Wir werden dir kräftig in den Arsch drehen. Die Ahnung, du hast dein Mann getrunken. Geh, natürlich nicht mehr. Aber, du hast ein Sieg, schweb. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht mehr, wir denken. Ich glaube nicht gut, wir denken die Ahnung. Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung wie hier ist. Aber. Ja, schönes Schloss, können wir jetzt bitte weitermachen. Im Schluss stellt sich doch hier eh heraus, dass wir jetzt die Folge wenden und sonst morgen wiedersehen. Bis dahin.